Es gibt ja nicht viel, was mich so als modernen Erdenbürger beschäftigt. Allerdings das neue Album von Bandrock, wann kommt das jetzt nochmal raus? Ich meine, der arbeitet schon verdammt lange daran, oder? Das dürfte doch langsam mal so weit sein, oder? Weiß. Kaffee. Bandrock's neues Album. Es gibt nicht viel, auf das ich mich mehr freue, als das neue Album von Bandrock. Ich meine, dieser Mensch hat die Musik quasi mit Weisheitslöffeln gefressen. Ah, 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 I'm getting wet. Ah, Ah, Pro-test. Pro-test. Das muss ich ja eigentlich waren.